Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel-mit-mir-Kanal. Wir haben uns mal wieder Schleim besorgt. Ah, was ist das denn? Das ist ein Alien im Schleim. Das ist ein echter Alien im Schleim. Also, nee, ich mach das nicht auf. Oder? Ach, Leute. Ach, nee. Ich war hier schon ganz in Panik, Leute. Das ist hier der Energy Tube von Simba. Und das passt natürlich... Ich frag mich schon, woher das wohl kommt. Das hatten wir hier in diesem Slimy Aliens Duelinator. Steht Slimy Aliens. Und das ist der Slimy Aliens Duelinator. Den hatten wir euch schon mal vorgestellt. Und da sehen wir die Energy Tubes mal. Diese Schleim-Tuben. Die hatten wir euch schon mal vorgestellt. Also, die waren in diesem Spielset hier drin. Und die kann man auch einzeln nachkaufen. Und hier ist ein Alien im Schleim. Puh, okay. Es geeignet ab drei Jahren, Leute, von Simba. Und wir sehen hier, wir können den... Ja, jetzt erinnere ich mich wieder an. Wir können den Alien auch rausnehmen. Im Schleim ist es kein echter Alien. Und wir können die Aliens hier auch austauschen. Hier sind jetzt Aliens drin. Aber wir können die gar nicht mehr sehen. Im Schleim. Also, die sind da jetzt schon länger drin. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und hier jetzt neuer Schleim. Aber diesmal in Blau. Wir hatten in Grün und Rot. Und das ist jetzt diesmal in Blau. Die sind aber alle erstmal farblos. Wir machen das Ding vielleicht mal auf. Und hier ein Energy Tube mit Schleim. Und hier... Ich glaube, den haben wir schon. Wer ist das denn? Steht hier nicht ein Name? Hm, schade. Sonst standen da auch die Namen. Aber ich glaube, bei dem Aliens Duellinator. Und hier ist jetzt Schleim drin. Schleim, Schleim, Schleim. Aliens im Schleim. Aber kein echter Alien. Ich dachte, der ist das für ein echter. Ich muss das hier irgendwie aufbekommen. Ah! Warum komme ich das nicht auf? Jetzt. So. Okay. Hier der Alien im Schleim. Und... Ah, wir können... Ah, Barbara. Bevor ich es mache. Hier muss jetzt ein Lichtlein angehen. Und... Wow. Also, das sieht jetzt echt cool aus. Mit diesem roten Licht. Also, das rotste Licht sieht sehr, sehr cool aus. Das freut uns. Und... Ah, okay. Bleibt sie. Ah, es blieb von selber an. Und hier. Da können wir draufdrücken. Und jetzt will ich das aber mal aufmachen. Ich will unseren Alien hier rausholen. Und... Ein Alien wird geboren, glaube ich. Im Schleim. Schaut euch das mal an. Aber der Schleim von Slimy Aliens hier von Simba ist wirklich sehr, sehr guter Schleim, muss ich sagen. Wir lassen vielleicht erstmal unseren Alien hier und gucken uns unseren Schleim mal an. Also, sehr, sehr gut. Wie gesagt, der ist noch durchsichtig. Den kann man färben. Und zwar gab es bei dem Slimy Aliens Duranator einmal grün. So gelbgrün und blau. Blau haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Das haben wir mittlerweile gemischt. Aber ein bisschen grün haben wir noch. Werden wir vielleicht auch noch machen. Aber hier... Ekliger Schleim. Und natürlich ein Alien. Schaut euch das mal an. Eklig. Das sieht mal echt eklig aus. Und den können wir hier natürlich entweder so benutzen. Wir können den Schleim auch so benutzen. Auch kein Problem. Wir können ja mal gucken, ob der furzt. Ja. Der furzt. Das bin nicht ich, Leute. Ehrlich nicht. Oder doch? Ich nutze die Situation mal. Das war gut. Nein, das war natürlich nicht ich. Das war der Schleim, Leute. Und wir werden das jetzt natürlich auch mal kurz mal in diesen Slimy Aliens Duranator tun. Und vielleicht auch mal ein bisschen Schleim da mischen. Mit grünem Schleim. Damit es hier grüner Schleim wird. Oder... Ja. Das ist grün, aber das ist eher so gelbgrün. Zeige ich euch vielleicht auch nochmal. Ich bin hier schon ganz nervös. So. Ja. Rein mit dir. Und das ist hier der Schleim. So sieht der aus. Der fühlt sich auch ein bisschen anders an. Und er riecht aber nach Schleim. Und das ist wirklich sehr... Also dieser Schleim scheint wirklich sehr, sehr guter Schleim zu sein. Ich probiere den natürlich nicht. Dürfen wir natürlich nie probieren. Davon mal völlig abgesehen. Auch wenn ich sage, ist guter Schleim. Also er fühlt sich gut an. Ist auch hier geeignet ab drei Jahren. Ähm... Ich glaube der Slimy Aliens Duadinator. Der ist aber erst ab sechs Jahren glaube ich geeignet. Ich bin mir nicht sicher. Ähm... Müsstet ihr nochmal in das Video schauen. Und jetzt testen wir das mal hier drin. Jetzt brauchen wir unseren Slimy Aliens Duadinator. Der geht hier an. Und dann drehen sich diese Tubes hier. Mit den Aliens da drinne. Ja. Okay. Wir können das hier ganz normal abmachen. Und ihr seht hier. Hier sind halt andere Aliens drinne. Die zeigen wir euch vielleicht auch mal gerade. Okay. Kann ich euch anscheinend nicht zeigen. Der ist hier im Schleim drinne. Okay. Der kommt vielleicht mal weg. Und hier ist nochmal ein anderer. Na, jetzt ist das Teil... Oh nein. Jetzt ist das Teil abgegangen. Aber wir kriegen... Hier seht ihr das ist der Alien glaube ich. Der auch hier ist. Mhm. Okay. Müssen wir gleich sonst machen. Hm. Schade. Dann lassen wir den erstmal hier drinne. Also man kann die Teile hier natürlich abmachen. Und die Aliens tauschen. Die hier. Haben wir eben auch kurz gemacht. So. Das ist der Schleim. Kommt hier jetzt erstmal wieder rein. Und wir nehmen jetzt hier mal noch... Anderen Schleim. Und zwar... Den hier. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen gelb-grün Schleim. Der kommt hier rein. So. Dann wird das... Der Alien hier nochmal rein. So. Obwohl hier ist noch ein bisschen Schleim geblieben. Der soll auch mit rein. So. Okay. Seht. So sieht es jetzt aus. Und dadurch, dass wir diesen Slimey Aliens Duelinator haben, wird jetzt dieser farblose Schleim und der gelbe Schleim, gelb-grüne Schleim jetzt gemischt. Genau so. Und hier sehen wir den einen Alien, der sich hier im Schleim schon grünen Schleim hier dreht. Und hier der andere Alien. Und jetzt warte ich mal ein paar Minuten. Und dann schauen wir uns mal an, was aus diesem Alien hier geworden ist. Das ist super eklig hier. Ein Schleim-Alien. In grün-gelb. Ich stelle das Ding mal wieder ab. Den Slimey Aliens Duelinator. Und ich habe es jetzt extra nur so ein, zwei Minuten drehen lassen, um zu schauen, wie sehr sich das jetzt vermischt hat. Oder wie sehr auch nicht. Denn wir sehen unseren Alien hier noch drin. Und hier das Licht. Das dringt nicht mehr so ganz gut durch. Und... Schaut euch das mal. Super eklig. Schleim in Schleim. Und da drin Alien. Oh, oh man. Oh man. Das ist ja super eklig. Ja gut, Leute. Ein neuer... Das war ich nicht. Ein neuer Energy Tube für den Slimey Aliens Duelinator mit einem neuen Alien. Wir haben ein bisschen gelben Schleim noch dazu gemischt. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wenn ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und wie euch dieser Slimey Aliens Duelinator hier gefällt. Wie gesagt, wir haben euch den schon mal vorgestellt. Heute nochmal mit einem neuen Energy Tube. Die kann man sich so besorgen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir sehen uns beim übernächsten... Nein, beim nächsten Mal. Ciao.